Guten Abend Freunde der Pyrotechnik und herzlich willkommen. Heute geht es um die Jorke Bora Bora. Das ist eine 13 Schuss Batterie im Kaliber 25 mm. Hierbei handelt es sich um eine sortenreine Batterie. Das heißt, es ist immer der gleiche Effekt bei jedem Schuss. Crackling Bouquets und ja genau, eine wunderschöne Batterie, wie ich finde. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis so ungefähr. Ja, um die 8,50 Euro kostet das Teil. Und dafür ist es echt mega. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.